ARD Text im Auftrag von Funk Ach sind wir schon soweit, oder wie? Für alle, die es jetzt noch nicht wissen. Guck mal nochmal kurz auf den Spickzettel vielleicht. Mal. Tatü, Tata, Tatü, Tata. Vieles kann fliegen, wenn man Flügel dran baut. Ja, du kitzelst ja schon aus, sagst du, Hervic. Und nicht, nee, bei anderen, das kann man auch nicht sagen. Produkt, nee, ist auch nicht scheiße. Gutes Produkt, im Stall, nein, das passt auch nicht. Weitgehend, nein, das ist auch scheiße. JB hat für diese Baureihe ein Heatpipe-System und ein Kühlsystem entwickelt. Nee, das war nichts. Das geht nur über die Kommunikation in der Fertigung. über deutsche Maschinen. So, machen wir, oder? Ja, der P2. Aber nochmal den ganzen Satz, oder? Krieg ich den nochmal ein? Blöd, gell? Hashtag neuse Lampen. Ich taure in die Jugendsprache ein. Oh, wenn ich mich jetzt umdrehe, die blenden so, ich sehe gar nicht. Als ob ich es gelernt hätte, gell? Wahnsinn. Der ist, wo der ist. Ich glaube, ich muss was töten. Du sagst, wenn ich jetzt irgendwie zu ehrlich bin, oder zu, zu, zu als wirklich. Okay. Mach ich oder mach ich nicht? Ganz gerade. Moment. Auf das Haar. Sehr schön, sehr schön. Fortsch. Fortsch.